Hello people, ich bin zurück mit einem neuen Vlog. Skala 1 bis 10, wie stolz seid ihr auf mich, dass ich das so durchziehe. Und so schade, dass mein Licht irgendwie von dieser rechten Seite jetzt von mir rechts total knackt ist. So, weißt du, was wir machen können? Mal gucken, ob das euch so ein bisschen mehr hilft, weil ich habe dieses Zimmer eigentlich so geplant, dass wir die besten Lichtverhältnisse haben. So funktioniert es. Jedenfalls, kleines Live-Update. Wir waren heute Morgen beim Zahnarzt. Wir haben nahe dorthin gebracht, weil wir gedacht haben, er hat Zahnschmerzen, weil er immer sagt, aua. Und er hat hier unten tatsächlich eine Affe, was ihm natürlich ein bisschen schwierig macht zu essen. Und er hat die ganze Zeit die Hand im Mund. Und das ist natürlich blöd, weil da kommen immer mehr Bakterien rein. Und ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, warum er die ganze Zeit die Hand im Mund hat, weil er hat die Zähne alle schon. Und also ihm fehlen nur noch die allerallerletzten Backenzähne. Aber ich glaube, die kommen erst in ein paar Jahren, so wie ich das richtig verstanden habe. Und er müsste eigentlich durch sein für den Moment. Naja, das war jetzt so unsere Morgenroutine. Dann hat er jetzt geschlafen, dann hat er jetzt gerade, ist gerade bei ihm. Babyfrau ist bei mir. Und ich dachte, ich zeige euch mal kurz, womit ich meine Haut in der letzten Zeit gerettet habe. Ich habe nämlich wirklich vor lauter irgendwie, das Leben ist so, nicht jetzt wegen, weil Influencer oder weil Drehen oder irgendwas. Ich finde, das Leben hat manchmal so seine super stressigen Momente, die sich manchmal einfach so durchziehen. Also die machen sich bei mir vor allem auf meinem Gesicht bemerkbar. Und ich hatte hier überall und hier vor allem überall Pickel. Meine Freundin Begün war an meinem Geburtstag so lieb, um mich zu schminken. Und sie hat eine Maske auf mein Gesicht gemacht. Eine Rotlichtmaske, also mit Rotlichttherapie. Und ich war von der ersten Behandlung oder nach der ersten Anwendung schon so geschockt, dass meine Haut danach schon direkt so aussah. Und eins kann ich euch sagen, in den ersten vier Wochen merkt ihr so wirklich klinisch bewiesen, dass ihr, ich glaube, 24% weniger Fältchen, also Falten, nicht Fältchen, sogar richtig Falten habt. Ich habe mir das Ganze nochmal richtig aufgeschrieben, damit ich hier einen Quatsch erzähle, weil ich möchte natürlich, dass ihr, ja, doch 24% weniger Falten, reduziert Falten und feine Linien um 24% in vier Wochen. Also ich glaube, dass ich das auch selbst sehen kann. Ich finde es wirklich der absolute Hammer. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir zum schönen Freitag so ein bisschen Me-Time. Und ich zeige euch jetzt mal meine Current Body Maske. Das ist eine Maske aus dem UK. Ich habe sie jetzt extra in dieser Umverpackung immer wieder gelassen, damit ich euch zeigen kann, wie sie zu euch nach Hause kommt. Ich habe die UK-Mädels schon von Anfang an damit rumlaufen sehen. Das ist nämlich eine tragbare Rotlichtmaske. Ich habe ein Rotlicht, aber da muss man dann sitzen bleiben. Ungelogen, ich habe es gekauft und ich habe es zweimal benutzt, weil es einfach am Strom sein muss. Und dann muss man die Augen zumachen mit so Dingern. Und dann muss man nur an der Stelle sitzen bleiben. Und wie wir alle wissen, haben wir viel zu wenig Zeit. Ich glaube, ihr kennt sie alle von TikTok und von Instagram und von all den Fancy Girls. Das ist die besagte Maske. Da kommt noch unten drunter eine Hydrogel-Sheet-Maske drunter. Die ist geteilt in zwei Partien. Also ihr macht einmal hier oben und dann hier unten. Und danach kommt diese Maske hier drüber. Tudu, tudu, dann könnt ihr das Ganze hier einfach aufladen. Und wenn das Teil hier geladen ist, dann könnt ihr das abmachen. Und so läuft ihr dann praktisch damit rum. Ihr bekommt noch eine mitgelieferte Dust Bag. Da könnt ihr das immer drin verstauen. Ich würde die Maske auch danach immer reinigen. Einfach mit einem Babytuch. So mache ich das. Und ihr habt auch noch solche Augendinger drin. Ich habe es am Anfang nicht so gerne damit benutzt. Also einfach nicht damit benutzt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es den Abstand ganz gut dazwischen hält. Also zwischen Auge und der Maske. Muss man nicht machen. Aber finde ich ein cooles Gadget einfach, damit man sich noch ein bisschen freier bewegen kann. Und dann zeige ich euch gleich mal, wie wir diese Maske erst mal auftragen. Ich werde mir die Haare einmal hochnehmen. Der erste Ladevorgang dauert ungefähr so vier Stunden. Deswegen rechnet ruhig damit, dass ihr die Zeit braucht, um die Maske aufzuladen. Und dann könnt ihr sie super häufig benutzen, ohne sie andauernd wieder aufzuladen. So, jetzt mache ich mir einmal die Haare zu. Und das ist alles im Namen von MeTime. Also wir Mamis, Mädels brauchen einfach... Die Maske ist auch für Männer geeignet, falls jemand dabei ist, der männlich ist. Und ich habe super viele Vorher-Nachher-Bilder gesehen von wirklich unreiner, unreiner Haut. Also ich weiß gar nicht, ob ich die einblenden darf. Wenn ja, tue ich das mal. Weil es gibt auf TikTok super viele auch so, die so starke Akne hatten. Und Rotlicht ist einfach bewiesen. Sehr, sehr gut für jede Art von Haut. Ich erzähle euch jetzt mal kurz die Benefits. Weil das ist hochpreisig und für die Mädels, die wirklich was für ihre Haut tun wollen. Eins will ich noch kurz dazu sagen. Ihr habt das zu Hause. Und wenn ihr dreimal zur Kosmetikerin geht, dann habt ihr das Geld wieder raus. Und das hier macht, ich würde sagen, genau dieselbe Arbeit. Wirklich, das ist so toll für die Haut. Es macht einen wunderschönen Glow. Reduziert Falten, reduziert Narben. Also auch so Male, Pickel, Male sind bei mir weniger geworden. Und ich bin wirklich, also ihr könnt es drei bis fünf Mal die Woche, manche sagen sogar jeden Tag benutzen. Aber es ist wirklich mega. Verwendet nur klinisch erprobte Wellenlängen, um bis zu vier Millimeter des Hautgewebes zu erreichen und die Zellen von innen zu stimulieren. Alle Cremes und Tools und egal was ihr habt, die sind da, um die Epidermis zu pflegen. Und manchmal hochwirksame Produkte dringen vielleicht noch tiefer ein. Aber vier Millimeter des Hautgewebes schafft nur die Current Body Maske. Dann habt ihr 132 LEDs, 66 rote und 66 nahe Infrarotwellenlängen. Werden mit Pillow-Technologie für eine vollständige Abdeckung gestreut. Also ihr habt das komplette Gesicht auf jeden Fall behandelt. Rote Lichtwellen beschleunigen die Kollagenproduktion. Alle trinken Kollagen. Beruhigen Rötungen und sorgen für einen gleichmäßigeren Hautton. Ich war letztens bei der Massage und sie sagte zu mir, du bist einer der wenigen Menschen, die wirklich fast einheitlich eine Farbe haben. Man hat ja bis zu acht Hauttöne. Und ihr könnt wirklich die Haut sehr ebenmäßig machen, also die Hautfarbe, den Hautton. Nahe Infrarot fördert die Blutzirkulation und bringt Sauerstoff in die Zellen, was nachweislich für Anti-Aging, für Gesundheit, Straffheit, die Prallheit der Haut verantwortlich ist. Und 24% Faltenreduzierung in nur vier Wochen. Ja, testet das auf jeden Fall mal aus. 31% Leistungsstärke als alle anderen LED-Masken. Und die Maske hat bei unabhängigen Tests am allerbesten abgeschnitten, weil sie halt diese präzise Wellenlänge ausstrahlt. Optimal wären drei bis fünf Mal in der Woche für zehn Minuten. Ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall hin, weil wir sowieso hier und da rumwuscheln. Und wir können die Maske beim Wäsche falten, beim Wäsche aufhängen, beim Kochen, egal was, benutzen. Oder auch einfach für die Me-Time. So mache ich das am Wochenende. Das ist für mich Me-Time. Abends, wenn zum Beispiel Can Lyle schlafen legt, dann setze ich mich hier hin, nehme mir mein Buch oder mein Handy und dann, ja, zehn Minuten. Und ihr habt so ein tolles Ergebnis. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass bei wirklich konsequenter Anwendung, also wenn ihr das macht, dann können Probleme wie Rötungen oder Rosazea, dafür habe ich es mir geholt, weil ich habe auf der Nase Rosazea, gerade hier auf der Spitze. Und die ist schon so viel besser geworden. Und hier auf dem Nasenrücken Rosazea und Rötungen, extreme Haut- und Reinheiten, Aknennarben, Gesichtsnarben, Textur, vergrößerte Poren. Und ja, würde ich sagen, ich weiß nicht, wer mich schon viele Jahre kennt, weiß vielleicht, dass ich eine immer wieder gestresste Haut habe. Und das, wenn ich das regelmäßig mache, ist der absolute Hammer. Kann auch täglich angewendet werden. Steht auch in meinem Briefing. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Ich werde euch im Laufe des Videos immer wieder zeigen, wie ich sie einbinde und wie ich sie genau benutze. Wie gesagt, sie ist sehr leicht mit hin und her zu nehmen. Und ihr könnt sie einfach so hinter eure Ohren klemmen. Was ich halt lieber mache, weil mir das zu groß ist, ich habe hier noch so ein Band. Das mache ich lieber dahin, weil ich es dann straffer an meinem Gesicht hätte und es dann wirklich, wirklich auch die Wäsche aufhängen kann oder so. Und ich mache mir das einfach auf der einen Seite hier so rein und ziehe mir das einfach auf der anderen Seite wieder so da durch. So, dann drückt ihr einfach nur hier drauf und das Ganze funktioniert praktisch. Und wie gesagt, ich würde, es ist empfohlen, ein sauberes Gesicht solltet ihr auf jeden Fall haben. Moment, ich mache das Ganze nochmal kurz ab. Ihr habt übrigens auch ein 14-Tage-Rückgaberecht. Falls ihr irgendwie doch Probleme haben solltet oder irgendwas ist, könnt ihr das Ganze nochmal umtauschen, 14 Tage lang. Also es lohnt sich wirklich, das zu testen. Ihr könnt ein Serum benutzen, wenn ihr möchtet. Ich benutze super gerne diese Sheet-Masken. Ich habe jetzt hier noch vier Stück und finde die super, super gut, weil die sind wirklich voller Feuchtigkeit. Zwischendurch benutze ich auch mal ein Serum, je nachdem, was ich jetzt gerade brauche. Packt euch auf jeden Fall die Hydrogel Face-Masken mit ein, wenn ihr da sowieso bestellt, weil ihr werdet sie lieben. Sie sind voller, voller Feuchtigkeit, Leute. Also wirklich, das ist die feuchtigkeitsspendendste Maske. Also erstmal in zwei geteilt, damit sie nicht so runterflutscht. Und das kommt hier einmal um meinen Mund herum. Ich gehe immer so ein bisschen nah drüber. So. So, dann setze ich mir die Maske hier auf. Ich mache mir das einmal hier hinten fest. Ich habe wirklich einen kleinen Kopf. Me time. That's it. Ihr könntet, wie gesagt, auch noch die Comfy-Augendinger drunter machen. Aber das streut jetzt perfekt das Rotlicht. Und ich kann entspannen. Diese Maske ist ja schon viral gegangen. Wer hat diese Maske noch nicht gesehen auf irgendwelchen Plattformen. Und wirklich, wer sie benutzt hat, weiß, ich habe das Geld einfach sofort raus. Es sind drei Kosmetikbehandlungen in einem Kosmetikstudio. Und das hier ist so effektiv. Und das kann ich viele, viele, viele Jahre benutzen. Also, ich kann mich jetzt einfach ganz frei damit bewegen. Das hier stecke ich mir einfach immer so hier in meinen Bademantel. Und dann, let's go. Und jetzt geht's. Tada! Auf jeden Moment habe ich gewartet, wo ich das ganze Ergebnis jetzt so zeigen. Also, es ist richtig schön so, nicht heiß, es ist so ein bisschen warm. Also, das Gefühl auf jeden Fall von der, von der Rotlichttherapie Wärme. Wie wäre man unter so, wenn man in manchen Thermen hat man das ja, in manchen Thermen hat man das ja, dass man so Rotlichtlampen hat und dass man dann so die Wärme wie bei so einer, wie wie so bei der Sonne auf dem Gesicht spürt. Ich will diese Dinge einfach auf meinem Gesicht behalten. Mein Gesicht ist voller Feuchtigkeit, Leute. Voller Feuchtigkeit. Ich meine, ich hatte ja hier so richtig Rosazea. Es ist viel weniger geworden. Hier hatte ich auch Rosazea, habe ich immer noch. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Aber wirklich bei täglicher Anwendung könnt ihr eure Probleme in den Wind schießen. Ich nehme mir danach einfach noch ein Babytuch und gehe einmal über die Maske so drüber. Und dann kann ich es morgen einfach wieder benutzen. Weil ich hier sowieso in diesem Raum tausend Sachen mache oder diesen Raum aufräume oder so. Und das geht, ich weiß, es geht im Leben nicht, dass man immer nur Me-Times hat oder dass man sich immer nur um sich selbst kümmert. Aber es ist ein schöner Nebeneffekt, den man einfach mit sich rumtragen kann. Ja, ich liebe es sehr. Es gibt noch weitere Produkte übrigens von Köln's Body. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Maske. Das ist mein Favorite in die Infobox. Wie gesagt, es gibt die Sheetmask, es gibt Serien, es gibt ganz tolle Produkte. Und mein Herz haben sie auf jeden Fall. Ich werde euch auf jeden Fall noch, wie gesagt, im Laufe des Vlogs, also ich vlogge jetzt über das Wochenende, werde ich euch mitnehmen und euch zeigen, wie ich sie immer wieder benutze. Und dann, wie gesagt, empfehle ich euch, das mal wirklich zu machen. Also wer Stress hat im Leben, wer viel machen muss, wer irgendwie 30 Sachen auf einmal erledigen muss, das wirkt sich auf die Haut aus. Und gerade Stress wirkt sich auf die Haut aus. Und manchmal kann man sich nicht erklären, woher Unreinheiten kommen und so weiter. Ich habe zum Beispiel, es ist, als hätte jemand gezaubert. Ja, und ich nehme euch jetzt ein bisschen mit. Ich zeige euch jetzt mal kurz, was wir gekocht haben. Ich habe heute Fisch und Süßkartoffeln gemacht. Ich ziehe mich jetzt mal um, weil draußen ist es zu warm für diesen Bademantel. Und dann geht es auch schon los. Ich weiß, ich habe es schon im letzten Vlog gezeigt, aber wie schön ist bitte dieser Anblick. Jeden Tag, wenn ich mich hier so hinsetze und das dann sehe, ich finde es so schön. Das Licht ist gerade, also das ist hier ein Efeu. Und das habe ich bei Ikea geholt. Das sind so kleine, schöne Blüten. Sieht aus wie kleine Trompeten, finde ich. Und dann hier mein Moments of Joy von Dior und mein kleines Little Book of Chanel. Das hier ist einfach nur Deko, weil ich muss 20 Mal ins Bad rennen, um diese Pflanzen hier zu gießen. Ich will immer noch diesen Rahmen streichen oder halt dieses, vielleicht stört mich auch dieses Metall, diese Metallumrandung hier drum. Ich habe hier so eine Art Fliehenschutz, aber ich mag einfach dieses Metallische hier nicht. Und hier haben wir ja auch nochmal meinen Efeu. Also ich muss sagen, ich bin voll der Efeu-Fan. Ach, ich zeige euch mal meine Haut. Und was ich auch sehr gerne mache, dann, wenn ich sowieso schon so Me-Time hatte, ich nehme mein Orangenöl. Ich habe das von meiner Freundin zum Geburtstag bekommen. Und dann gebe ich mir so einen Tropfen auf meine Hand in Fläche. Und dann... Das riecht so gut. Und dann, wirklich, ihr fühlt euch komplett einmal wie so ein Restart nochmal. So, das ist jetzt die Joghurt-Suppe. Ich glaube, ich habe zu viel Minze reingemacht oder die legt sich oben drauf. Ich weiß nicht genau. Ich habe auf jeden Fall Johns Tante gefragt und das ist das Ergebnis. Dann, ja? Okay. Dann habe ich noch so Brechbohnen genommen. Das sind einfach welche aus dem TK. Ich habe die mit Salz und Bohnenkraut nur gewürzt. Und dann hier noch einen Dill-Salat mit anderen Sachen. Wo ist die maus? Wildlachs und Kartoffeln und Süßkartoffeln. Und nein, von uns raucht die keiner. Ist gerade noch jemand hier, der unten ein bisschen was macht. Und die Person raucht gerade. Und übrigens, also raucht. Und übrigens, ich habe hier diese Gläser aus der Türkei mir mitbringen lassen. Die sind in Deutschland zu teuer. Also da kosten fünf Stücke 70 Euro oder so. Und die habe ich mir von Johns Tante mitbringen lassen. Da sind verschiedene Motive drin. Und war richtig süß. Er hat Fesales vernichtet. Die ist leider kaputt. Aber ich habe hier noch ein bisschen Obst geschnitten. Eiskaffee. Aber auch? Oh, no, no. Aber der ist in mir. Mmh, lecker. Der liebt die Dinger. So Leute, ich habe jetzt ein bisschen am Laptop gearbeitet. John hat Zeit mit dem Kahn verbracht. Ich war bei seinen Eltern im Garten. Und jetzt ist der schon wieder Pommes. Seit wann ist der so früh? Komm, krieg die Pommes aufs Weggehang. Auf jeden Fall, wir sind. Auf jeden Fall, wir sind. Da wir sind. Da wir sind. Mit dir? Da lacht ihr nicht? Ich versuche nur so zwei Klingeln. Ich bin zwischen den künstleren Händen und Füßen. wir sind im garten von johns onkel und tante und die hier sind so bären dran leute wenn die reif sind da oben welche die sind die leckersten werden auf der ganzen welt sind so gut dann haben wir hier noch ein bier naja das sind die könnten hat mein schwiegervater auch und dann machen immer alle marmelade und dann haben wir pflaumen das ist so ein garten zu haben so einen nutzgarten dann haben wir hier bei münze hier ist tomate schaut mal bitte wie cool ist das hier ist auch noch gurke da haben die kinder gerade schon eine abgemacht und gegessen so cool cool hier ist noch rom wäre hier ist ein reich heute die leckersten bären hallo das ist jetzt am telefonieren das ist irgendeine sieht aus wie eine brombeer aber ist weicher der kollege hier steht aktuell morgens fünf Uhr irgendwas auf also es ist meine fünfte vor 30 ungefähr gehen einkaufen auf dem spielplatz das übliche da haben wir ein schwimmbad ich bin mir nicht so sicher bei dem wetter steht auch so extreme gewitterwarnung aber lezzy leute schmecken ich habe es auch noch nicht umgerührt wir fahren jetzt doch nicht in ein schwimmbad sondern in so ein park und die ganze tasche ist voller snacks also gurke zeige ich euch alles später hier ist gerade ein bisschen wild einen wunderschönen guten morgen heute sonntag dann durfte ausschlafen ich darf die ganze woche immer schlafen das dürfte man dann ausschlafen und das freut mich naja will avocados probieren und wir frühstücken jetzt jetzt mal mit gesicht ich mir war in der gestern auf diesem in diesem brückenparkhof in jülich ich muss wirklich sagen ich kann den sehr empfehlen also es war wirklich richtig schön da ich war da jetzt das dritte mal und ich muss sagen dass jedes mal cool das wasserpark da ist keine ahnung 15 spielplätze dessen hochseilgarten da sind wölfe da sind schafe da sind ponys und dem hat die wölfe gucken ich weiß nicht ob das genau wölfe sind oder luchse das sind halt so doch ich hab diesen wölfen einmal gesehen ganz ganz weit weil die haben ein riesenwald stück ja alles wirklich richtig schön gemacht ich muss sagen essen würde ich schon mitnehmen so ein mittagessen mit so pommes frikandel currywurst und sowas gibt es da jetzt gibt es das schon aber wir sind alle nicht die typen für solche sachen den ganzen tag lang zu essen also nicht dass es keine ahnung gesundheitlich beschissen ist sondern einfach auch dass es uns dass wir das nicht mögen dass es geht einfach nicht mehr runter also ich kann nicht den ganzen tag so was essen und dann auch nicht tatsächlich kann den ganzen essen und er konnte auch mal eine ganze zeit lang pommes den ganzen essen aber mag er auch nicht mehr nein hat sogar eineinhalb stunden im kinderwein geschlafen und ja es ist wirklich richtig schön aber ich wusste ich habe einmal eine kurze szene gefilmt um einfach euch zu sagen wie es ist riesig ist es nicht so ist es nicht es ist voll also aber du merkst nicht weil es so groß ist also es ist wirklich wirklich richtig gut war da schon samstags ich war da schon sonntags und das ist der einzige platz an dem ich am wochenende wahrscheinlich und so links gehen würde ich konzentriere mich jetzt aufs auto fahren und wir quatschen später ich bin nämlich jetzt auf dem wasser auf dem weg zur massage rückenschmerzen hier und da dann bin ich ja noch mal auf den po gefallen und sie geht jetzt in den urlaub für ein paar wochen ich glaube für vier wochen oder so und dann dachte ich die vorher noch mal dahin ich muss sagen die ganze klimaanlagen plus allergie haben schon mein hals getötet also ich habe gerade meine rache reinguckt schon ein bisschen rot zurück und ich räume derzeit mal die küche auf ich kann jetzt nicht direkt duschen weil die dusche ist direkt neben dem schlafzimmer so people nyle schläft ich werde jetzt meine haare machen und gleichzeitig die curly body mask drauf machen ich zeige euch jetzt wie ich fühle mir die erst mal an ich suche übrigens verzweifelt meine kamera batterie die letztens auf den tisch gelegt und jetzt ist sie weg ich teile mir dann meine haare in zwei weil ich mache jetzt weiter mit dem airwrap und habe mir jetzt halt die haare so angefühlt und dadurch dass meine maske ungefähr hier sitzt kann ich das so ganz gut machen ich habe übrigens meine nächste schiene verloren ich bin jetzt bei sieben und müsste dann die acht tragen und dann habe ich sie angefangen zu tragen im urlaub nur nachts und zwar sowieso eine katastrophe weil das hat so weh getan weil ich tagsüber halt die ganze zeit eiskaffee getrunken habe oder eis matcha oder oder und ja hatte halt nur nachts getragen und hat so weh getan hat irgendwie für gar nichts gebracht habe ich sie angefangen zu hause zu tragen und habe sie dann verloren ich werde jetzt ein serum nehmen damit ihr auch wisst dass das mit serum funktioniert ihr könnt dafür jedes serum nehmen welches ihr möchtet ich würde ein hyaluron also wirklich für ein serum nehmen vielleicht auch ein reines hyaluron serum wie gesagt ich habe noch sheet masken aber falls ihr das lieber mit einem serum machen wollt ich trage das wirklich großzügig auf und dann könnt ihr einfach eure maske wieder nehmen und so habt ihr direkt zwei in eins also ihr habt eure haare gemacht und gleichzeitig eure favorite maske aufgetragen und schaut dabei noch ein youtube video was genial den jahren ist 10 minuten geht um genau mit der letzten strähne ich weiß nicht ob ihr das seht aber es sieht einfach immer sofort so frisch aus und ich finde es auch immer sehr bemerkend wenn firmen darauf bestehen dass man die produkte testet und dass man sich zeit lässt und dass man das auf eine längere zeit testet und sich das wirklich mal das hauptbild anzuschauen ich muss sagen diese poren sind so viel feiner geworden und jetzt drückte natürlich die maske auf die nase aber auch die rosa das rosazea ist viel weniger geworden was für mich so schlimmste war weil wie ihr wisst ich laufe sehr viel umgeschminkt rum wenn ich nicht drehe oder filme bin ich einfach mami und laufe den ganzen tag in joggern und in konfi sachen rum by the way ich werde auf jeden fall mein kleiderschrank so ein bisschen umändern das ist auch ein bisschen alles mehr zusammenpasst und so war das eine andere geschichte muss schon sagen ich bin sehr verliebt ich verlinke euch die maske und ihr könnt sie immer in euren alltag integrieren oder eben einfach für euch mal was machen dabei lesen oder ich finde das ist voll cool so mit den haaren und das einfach täglich oder ich nehme mir immer vor mindestens dreimal anzuwenden ja ich hätte jetzt auch dabei kochen können jetzt mache ich den rest fertig ganz schnell und muss dann da wecken eigentlich sollte ich ihn jetzt wecken weil wir wenn wir über anderthalb stunden sind das immer so ein bisschen abends schwer wird und er morgens sehr früh wach wird weil einfach zu viel geschlafener tagsüber der schlafdruck nicht mehr da ist deswegen werde ich mich jetzt bei ich habe wirklich damals das beste gemacht indem ich so karten schon gekauft habe ja jetzt fahren wir gerade nachträglich dahin weil er nämlich am selben tag geburtstag hatte wie ich und das passt dann immer nicht so gut und ja jetzt gehen wir kurz freunde besuchen und ihren sohn beschenken so das geschenk habe ich jetzt gerade schnell eingepackt übrigens das ist das haargel was wir für nuni benutzen das heißt sogar nuni da haben wir so baby haargel und jetzt geht's los ich fahre mich unten an keiner da John und Nyle sind weiß nicht wohin gefahren den sonntag habe ich mich geschminkt muss schon sagen dafür müsste man mich loben ich liebe den gertrudenhof der ist zwar immer voll und auch echt teuer aber der hat einfach immer so schöne blumen lieb's ist natürlich nicht bei einer blume geblieben ich habe den ganzen korb gemacht mit Sachen der ist süß aber besonders und den korb konnte man im gertrudenhof auch direkt kaufen so den darfst du jetzt tragen Schatzi gib mir das geschenk einen wunderschönen guten morgen John und ich haben uns gestern nur noch auf die Couch gelegt und gegessen wir haben noch Suppe gegessen und dann sind wir auch schon ins Bett gegangen also war kein Spiel vor einer halben Stunde ich bin super müde ich war wieder um halb fünffach und 5.30 Uhr sorry und eine Stunde lang nochmal versucht dass er nochmal einschläft und dann nochmal eingeschlafen also diese Augenringe sind der Möglichkeit zu schulden und hier habe ich mich gekratzt Leute beziehungsweise ich habe meine Augenbrauen gezupft und bin dann mit der Pinzette da so auszusehen lang geschliffen und an der Lippe und das tut so weh Mami wie sind ihr denn? ich weiß gerade nicht ob ich zu warm oder zu rum bin ok Google wie viel Grad haben wir? wie gehört sind es im Moment 15 Grad naja ist ok 2 Bananen 2 Bananen 2 Bananen Leute ohne diese Bananendinger gehen die Bananen immer kaputt in der Tasche ich bin gerade auf dem Weg in den Guklarenhof es scheint so ein bisschen die Sonne aber es sind 15 Grad das erinnert mich irgendwie an einen Herbst und es ist schön für eine Woche einen Herbst zu haben und danach geht es ja auch wieder weiter glaube ich mit dem Sommer auf jeden Fall ich saß gerade hier bin ich hier lang gefahren die Sonne scheint in das Auto und ich sagte mir was für ein glückliches Leben ich doch habe ähm ich bin gefahren und dachte mir so ich bin verheiratet mit einem Mann den ich liebe ich bin Mutter eines Kindes das mich jeden Tag um 5.30 Uhr weckt deswegen sehe ich auch so aus ich kann meine Augen nicht mehr öffnen ich hoffe ihr könnt mich trotzdem hören wir machen jetzt einmal grobo an wir fahren jetzt zum gut klaren Hof und dort werden wir einen Kaffee trinken die Mama hallo YouTube die Kinder fahren hier ja Unfall auch guck mal da ist Camille Nuno hat eine richtig coole Frisur heute stehen nämlich so hoch das sieht richtig witzig aus wir sind im Klarenhof gut Klarenhof sehr süß hier nein stopp stopp da sind Autos Mama da ist ein Auto da ist ein Auto da ist ein Auto eine Überraschung machen weil die heute Geburtstag hat mich auch noch gar nicht begrüßt euch begrüßt bitte es war heiß und haben einfach die drei von der 5.30 Uhr im Auto verletzt wir waren gerade mit den Mädels in der Therma wir haben jetzt mittlerweile 23 Uhr also der Tag ging so ein bisschen einfach an mir vorbei aber ich lag die letzten 10 Minuten unter einer Infrarotlampe für den gesamten Körper und das war einfach so schön jetzt habe ich muss ich eigentlich nur noch in meinem Pyjama zählen und dann kann ich ins Bett fallen Hallo von der Paris Gruppe Hallo von der Paris Reisegruppe die nicht zustande kommen wird ich wollte gerade sagen wir sind fast da das ist unser zweiter Versuch nach Paris zu kommen und immer werden die Kids krank ja letztes Mal hatte Camille wirklich auch tagelang Fieber also es waren Gott sei Dank hat Tara auch so entschieden dass sie nicht geht weil sie war so hm ich weiß nicht sie war auch übelst traurig dann hatte ich ihr von der Geschichte erzählt dass ich mal absagen musste weil Niall krank wurde zu so einem Wellness Trip mit den Mädels und dann haben wir gesagt egal wir buchen neu und so und haben wir neu gebucht heute morgen wachen wir auf Niall war so ein bisschen quengelig wir sind gefahren er hat sich übergeben also erstmal haben wir den Zug verpasst um 30 Sekunden also wirklich wirklich ich habe die Frau noch gefragt meine Freundin rennt gerade die Treppe hoch können sie ganz kurz sie so nein und sie hat sich richtig gefreut ja und es war wirklich ich bin hochgekommen und der Zug ist gefahren der war hinter dir ja der war nicht mal weg und Tara so und ich so der ist hinter dir also wirklich wirklich sie war so richtig schadenfroh und ich bin mir sicher eine Minute bevor es eigentlich da stand ich schwör's dir ja ja ich weiß du kamst 44 die Treppe hoch ich hab dir doch noch geschrieben 45 sollte der fahren ich hab dir noch geschrieben pass auf weil ich wusste du wirst rennen da vorne warst du nämlich rutschig als ich da lang gelaufen bin ja dass du mich noch da hinlegst und dann ist er gefahren dann sind wir runter gegangen haben gefragt ob wir das umbuchen können ich hab auch noch eine Mail an die Agentur geschrieben weil das ganze hätte Eurostar beziehungsweise Thales hießen sie ja früher hätte uns das gesponsert praktisch die Fahrt die Rückfahrt haben wir aber zurück gebucht selber weil wir wollten nach dem Mittagslauf der Kinder da sein und das hätte nicht funktioniert da gab es nur einen späten späte Rückfahrt dann hätten wir die Kinder gar nicht mehr gesehen und wir wollten die auf jeden Fall morgen noch sehen da haben wir auf jeden Fall auch ich glaub heute 200 Euro bezahlt ich hoffe das kriegen wir auf jeden Fall umgebucht nein wollte nicht dass wir fahren er hat uns bestimmt vor etwas besserem bewahrt ja und jetzt fahren wir nach Hause zu unseren Kindern ich wollte grad sagen lass Playdate machen aber nein nein besser nicht ich war jetzt Sarah nach Hause und dann ähm ich hab auch grad gesagt es ist halt einfach grad die Zeit wir hatten schon die Zeit wo wir reisen konnten wann wir wollten und ich schwör wir haben alles gemacht was wir wollten alles und jetzt ist die Zeit wo unsere Kinder klein sind und das hat halt einfach oberste Priorität Ende aus wir sind klar Paris ist ja cool gewesen aber wir sind auch absolut nicht traurig nee wir sind nicht nee wir sind nicht traurig und wir sind so wirklich auch absolut nicht traurig nee und äh ich glaub ich wäre sehr traurig gewesen wär ich gefahren so mein aufgebauter Koffer ist jetzt zu Hause ich hatte auch noch die äh Current Body Maske dabei die wollte ich Tarane mit Tarane zusammen machen und dann hatte ich so also ich hab mich wirklich gefreut mit Jörgen auf die Reise but es ist wie es ist es ist was es ist ich hoffe ihr habt euch jetzt nicht erschrocken ich bin nach Hause gekommen da waren die beiden schon am schlafen ähm und kurz nach neun oder so ist er sogar nochmal eingeschlafen ähm was bei uns nicht der Fall ist also morgens schon lange Wachzeit dann ja hat er hab ich mich dazugelegt dann hat der John gearbeitet ein bisschen und ein paar Telefonate musste der machen hab ich mich dazugelegt bis ich nicht mehr konnte weil ich so Dringpipi machen musste äh und so einen Hunger hatte dann haben wir getauscht und dann ein paar Minuten später war er dann auch wach dann kam er runter und hat Verstecken gespielt alles war super dann hab ich mit ihm gespielt und dann fing er an dass er ein Eis möchte und ich hatte selbst gemacht das Eis sing dachte ich so erstmal hab ich nein gesagt weil ich dachte so das ist jetzt kaltes auf dem Magen ist irgendwie nicht gut und dann dachte ich mir so manchmal wenn mir übel ist also ich hab wirklich gedacht so warte mal Tara wenn mir übel ist manchmal dann will ich auch so komische Sachen essen ja also und ich bin ja voll der Kinder wissen wie viel sie essen müssen Kinder wissen ähm wann sie was essen müssen Kinder wissen was sie brauchen natürlich muss man da auf jeden Fall Grenzen setzen sonst würde ich ihm jetzt kein Magnum geben aber da dachte ich mir so komm schauen wir mal und auf einmal schwillte ihm voll die Oberlippe an keine Ahnung ich muss jetzt John nochmal fragen ob das alles okay ist hab dann direkt die Ärztin angerufen meinte so äh jetzt hat er eine dicke Lippe also wir hatten ja schon vor allem wegen der Übelkeit mit ihr gesprochen ich hab ihr gesagt ich muss ihr auch ehrlich sagen ich hab ein Eis ihm gegeben ich weiß es nicht sie meinte so also von der Kälte kann das nicht kommen aber vielleicht von den Lebensmitteln die ihm Eis waren ja ich werde jetzt schneiden und dann let's see was der Tag noch so witzig bringt das heißt wieder voll drin das ist mein zweiter Vlog seit zwei Monaten ich denk jetzt dran ich nehm die Kamera mit ich wollte euch eigentlich nur zeigen wie schön meine Freunde sind Leute wir sind gerade richtig schockiert das Essen ist so teuer geworden draußen ich find das so gut ich kommst du ein Caesars Salat 25 Euro und Salat eine Vorspeise mit Gambas aber mit Gambas hä kostet 100.50 Euro nur Caesars Salat der Kunst ohne alles ist Gambas so teuer geworden Fisch so teuer btw ohne Brot und Butter nee Brot und Butter muss uns dazu kaufen und man muss man kriegt auch nicht mehr die Mayonnaise wir sind in dem Restaurant man kriegt doch hier Mayonnaise das riecht nicht so wenn wir hier sind heute für die Eiswürfe hier habt ihr hier irgendwas geändert? wir ändern die so alle drei Monate die Karte Guten Morgen ich wollte das Video noch anständig beenden ich wollte euch noch diese schönen Ohrringe zeigen die hab ich bei Bijoux gekauft im Dreierpack und Leute ähm die sind so süß wir haben hier noch ein silbernes Pärchen so da und ich werde jetzt hier dieses Zimmer aufräumen meine LED Maske auf ähm meine gereinigte Haut auftragen und ich werde mir das La Vroom von La Prairie auftragen und noch ein Serum dann nutze ich die Maske sehr gerne und da kriege ich nochmal so einen frischen Kick ähm übrigens Neil ist auch gemacht hatte nichts ganz immer am Spielen ganz immer toben am Rennen ich bin natürlich sehr froh dass es ihm einfach gut geht jetzt treibe ich einmal das Zimmer auf verabschiede mich schon mal von euch achso ihr findet die Maske natürlich in der Infobox verlinkt ähm wenn ich sie von Freundin zu Freundin empfehlen würde würde ich ihr eine 10 von 10 geben deswegen nehmt mich bitte ernst hat ein wunder wundervoller woche love you muah die die Vielen Dank.